Hallöschönen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Chaos HD 2.5 und wir haben zwei feine Makes im letzten Part. Haben wir gesehen, wie Axel uns den Weg zur Welt, die niemals offenbart hat und wir haben gegen Roxas gekämpft. Danach ist ziemlich viel Ausdruck passiert. Wir sind in der Level 55, ich habe die Überform bekommen und die bekommt ihr, nachdem ihr Roxas besiegt habt. Schaltet diese Form frei, also könnt ihr, gibt sie wahrscheinlich, dass ihr diese Form bekommt. Und zwar kriegt ihr die dann am besten, wenn ihr mit Sora das Schwert Zweisamkeit ihm ausrüstet als Primärwaffe, weil dieses Schwert bewirkt halt, dass ihr öfters in die Anti-Form wechselt. Und je öfter ihr in die Anti-Form wechselt, desto höher steht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in die Überform wechselt. Und die Überform ist Best Form Ever. Weil durch die Erhaltung wir auch Gleiten und so, sie ist allgemein über halt. Und bevor wir jetzt in der Story weitermachen, wollen wir erstmal das ganze Optionalzeug machen und zwar steht da als erstes Sephraud auf der Liste, der so guckt so und ich stehe auf der Liste. Also, wir gucken jetzt nochmal die Cutscene an. What is Cloud doing? Beats me. Hm. By the way, you three, who are you? Well, I'm not sure we should tell you. Well, that's an interesting sword you're carrying. That's the keyblade. I see. So that's a keyblade. And I suppose you must be its chosen wielder. So what if I am? I wonder if it won't change its mind, once I defeat you. Sehend, wie gut wir uns schlagen. Show me your strength. Bin ich ja erstmal gespannt. Dum dum dum. Da 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 da. Ha! Tack! Und das. Komm doch her, Sephiroth. Was willst du von mir? Geh weg! Oh! Na! Na! Wie ich da gerade ausgerastet bin auf den so. Ja! Genau! Telepathie ich genau nehme und mache eine Boden-Kombo. Und ich bin deine Mutter! Haha! Ich bin Jan-Uva. Ich bin Jan-Uva! So, friss das hier. Was ist falsch? Sind Sie Angst? Vielleicht, vielleicht nicht. Find out! Na! Der kam wieder zu nah. Ich weiß nicht genau, weil ich seine Bodenkombus ablocken kann. Ich bin aber nicht so... Wow! Wow! Lauf wieder nicht her! So, hi! Was geht, Sephiroth? Zack! Äh! Hi! So! It's over! Was, wenn ich nicht will? Was tust du dann? Oh, dann springe ich zu dir! Zack! Und das hier! Nein! Ich will kein Herzlosenengel! Vergiss es! Das ist es! Oh, nein! Wow! Ich hab's weggeschleimt bekommen, die dunkle Kugel! Die hätte mich nämlich schön angreifen können! Oh Gott, wir haben keine MP mehr! Wir haben keine MP mehr! MP mehr! Was soll ich tun? So! Ich brauche MP! Aua! Nein, Sephiroth! Oh! Ah! Wow! Stimmt, das macht er jetzt auch! Oh Gott! Das kann doch was werden! Oh Gott! Oh Gott! Aua! Zack! So! Woah! Oh nein! Nein! Oh Gott! Aua! Vergiss es, die Firote! Eeeeee! und noch mal! Es ist dir endlich! Es ist 안될! Und noch mal! Es ist die End! Und noch mal! Wie liefst das? Ich bemerke mich, dass du sehr gewaschärt bist. But apparently Cloud is the only one Who can eliminate me Tell Cloud to come here Tell him Sephiroth is looking to settle things Baby, einflügeliger Engel Das war ne Geburt Aber hey, ganz geschafft Seelfrot ist finito Achja Einer der schweren Bosse Zumindest auf Veteran auf Level 55 Und wir müssen jetzt zu Cloud Cloud befindet sich bei Renny Garn ganz am Anfang Aber wir können es ja schnell fortbewegen Dank den Luftsprüngen und den Gleitern Können wir uns schneller fortbewegen Was ist der Schönfinder So, Heiner Beginn das Spiel mit 3 Drehe deinen Gegner ununterbrochen um Machen wir alles mit seiner Zeit Nachdem wir die Story falsch fertig gemacht haben Aber ich wollte jetzt halt erstmal die anderen optionalen Sachen machen So So Jetzt sind wir schon wieder im Wohnviertel So Cloud befindet sich hier Am Anfang halt, wo auch die ganzen Shops sind und so Da ist auch Squall Und Cloud steht jetzt hier Ich bin vor der Oberstecker Habt ihr Seelfrot gesehen? Ivor Seelfrot zu erzählen? Natürlich Er ist in den dunklen Tiefen Verstehe Dann ist es wohl jetzt wo deine Zeit ist Ein für alle meine zu beenden Hm Cloud So Und jetzt geht es wieder zurück zum Sephiroth Und der Flug zu Seelfrot geht schneller als nach oben Weil wir da jetzt ununterbrochen fliegen können halt Da 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 So Cheese Ich finde das so cool Ich liebe es zu fliegen Kingdom Hearts 2 Ja und damit hätten wir auch schon Unsere erste Pain in the Ass besiegt Aber es gibt noch eine Pain in the Ass Es gibt noch mehrere Pain in the Ass Gegner Ja Die gibt es immer noch Für einen werde ich sogar meine Einstellungen ändern müssen Jetzt gleich Seit Blitzka werden wir Folger gebrauchen Da 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 So Wir haben zweisam keinen Königanhänger auf der Überform Ja Sollte klappen gleich Das Boss Natürlich nehmen wir den ja jetzt spät Nicht sofort Und wir machen jetzt die anderen optionalen Ticket zwar auch dazu Aber jetzt doch nicht Ja Da 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 Aber Wir haben es geschafft Ich bin gerade so happy darüber dass ich Sephiroth auf dem Level besiegt habe Haha Auf Profi habe ich noch auf 49 aber auf Profi hat man auf weit aus mehr HP als auf Veteranen Und ich habe hier meine Königsanhänger Challenge In Could you give him my message? Maybe. Sorry to keep you, Sephiroth. Cloud, you'll never let go of the darkness. Shut up. You'll never let go of your past. Shut up! Cloud, get him! Absurd. Defeating me is meaningless. You know that more than anyone, Cloud. No matter how many times I fall, your darkness keeps calling me back. Wrong. Defeat, stay back! How can I? I want to help you! You can't. He'll never let go of the darkness. He doesn't have to. He just needs someone to surround him with light. The darkness will be there, Sephiroth. But in a place you can't reach. Is that right? Let's see what this light of yours can do. Ha! No! Look out! Cloud! Cloud! You can have my light. The light doesn't suit you. I just... Don't know. Cloud! Stop! Cloud! 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 You can't wait! Oh, do you think they made it back to their own world? They went somewhere else. Cloud went to fight a great battle, to defeat the darkness inside him. Gone again. What will you do now? Hmm. Guess I'll keep looking. Got any leads? Don't worry. Light is easy to find. I need to go. Here. This is for helping me out. But wait. When did we help? Yeah. Yeah. Gründete Reichweite und unvergleiche Angriffs-Graburier zieht die maximalste Schläge von Bohnen-Luft-Kombos um eins. Das können wir nicht wirklich gebrauchen. Das sieht zwar cooler aus, aber nein. Und wir haben's Hefferoff jetzt top. Wow, die kommen ja nicht hinterher. Wo machen wir jetzt den Boss? Ich habe ja Lust auf Maluxia. 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 Whatever. Ihr wisst, wen ich glaube ich meine. Hoffe ich doch mal. Auf jeden Fall auf den habe ich jetzt Bug. Der ist im Schloss des Bies in seinem Gemach. Da ist Maluxia. Der einzige Save, den wir übrigens haben. Mhm. Das ist der einzige Bossraum. Was? Bossraum? What am I even talking about? Ich glaube, er ist schon wieder Bullshit. Und wir tauschen uns mal wieder nach High-Portions um. So. Und zwar hier. Eine abwesende Silhouette. Silhouette. Der Schatten einer Gestalt ist in die Waffe gebrannt. Das sehe ich mir näher an. Der Schatten einer Gestalt ist in die Waffe gebrannt. Furcht gesehen, donπle und Goofy haben neue Waffen. Damit sie mehr Schaden anrichten. What? 55 mal kann er uns einfach jetzt treffen wenn er will aber auch nur wenn er will und er hat fucking viele hp und gib mir das ja da 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 verdammt so nimm das doch mal lucia mal ich bin zu dumm das richtig zu timen heute noch dumm du hast auch mal wieder timen können natürlich du natürlich du wirst alles ab von mir oder hier gibt das her jetzt wieder eine 40 stadt stehen da 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 Huch! Erstmal was machst du schon den Quark? Aua! Komm doch der Maaaguchi jaaa... Ja, natürlich. Die sind schon alle beide tot, oder was? So, hi. Hopp. Zack. Wow. So. So. Jetzt seht ihr auch mal, was das für Probleme sind. Hier manchmal bei den Bossen. Und ich sag euch, es muss ja ganz schön oft so. Ist Donat schon wieder tot? Ernsthaft? S cuerp. So. Frick this. Ich muss aufhören so zu sagen. Das ist gar nicht so oft, wie ich das sage. Oh, Malouch, hier, hör auf mit dem Quark, der nervt. So, frisst das hier und das hier und das. Oh nein, nicht der Quark. Dann, dann, nö, 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 vergiss es, Malouchi, ja, ha. Oh nee, auf. Äh. Zack. Komm schon. Ich will, dass du damit aufhörst, Malouchi, ja. Aha. Öh. Au. Wieder zu dumm dafür gewesen. Dabei könnte ich jetzt ganz gut Zahlen begrauben, wieder. Weil hier habe ich, nach neuesten Treffen sind wir tot. Das ist doch so doof. Ach, die da ist, uh, die. Na. Au. Au. Ach, der Quark schon wieder. Hilfe, lebe. Na nö. Au. Malouchi, ja, bitte. Hab dich. Nö. Malchur dich angreifen. Wow. So, frisst den Denzensprung. Ha. Zack. Äh. So, it's the end. woods. Oh. Oh. Die sind auch schon mal kaputt gehauen. So Leute, aber ich würde sagen, im nächsten Part geht es weiter mit den optionalen Bossen. Also dann bis zum nächsten Mal.